Wir dürfen jetzt nicht scheitern. Nur noch ein Schuss, dann ist die Sentinel fertig. Schalte um auf Pilotensteuerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das dürfte ihn abkühlen. Hey Mann, es sieht nicht gut aus. Wir liegen deutlich zurück und haben nicht mehr viel Zeit. Feindpilot eliminiert. Schildsystem online. Warnung, ein Freitpilot attackiert Sie. Warnung, mehrere Freitpiloten attackieren Sie. Warnung, mehrere Freitpiloten attackieren Sie, dann gibt es die als Karte. Warnung, drei- und Testsata. Warnung, zwei- und Testsat. Warnung, drei- und Testsat. Warnung, drei- und Testsat. Warnung, zwei- und Testsat. Warnung, drei- und Testsat. ist in zwei Minuten fertig. Miliz-Truppen, wir haben keine Zeit mehr. Alle zum Evakuierungspunkt und auf Abholung warten. Aber die Sentinel ist noch da. Nicht mehr lange. Die geht schon runter. Wir sind heute schon genug gestorben. Roger. Piloten zum Evakuierungspunkt. Bish, hier ist McArland. Hast du Kontakt zu Barker? Er steht bereit, Mac. Hübscher Feuerball, Mac. Das ist wohl deine Spezialität. Du dachtest, wir schaffen's nicht. Nein, es war mir nur egal. Damit ist Schluss, Barker. Zeit für deine Aufgabe. Zeig Bish den Kurs zu diesem Knochenfeld. Soll das ein Witz sein? Ich hab gesagt, da geh ich nie wieder hin. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Welt macht aus uns allen Lügner. Der Kurs zu diesem Kurs zu diesem Kurs. Der Kurs für den Kurs. Vielen Dank.